UNTERTITELUNG Ein Satz für die Polizei-Hubschrauberstaffel Niedersachsen. Ein Täter ist auf der Flucht. Männlich, ca. 20 Jahre, 185 cm, kurze dunkle Haare, gekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer auffällig rosafarbenen, kurzen, karierten Hose. Mit der Beschreibung gehe ich doch nicht rauben, sag mir mal. Pilot Marco Sobotta und Flugtechniker Jens Reschke sind in wenigen Minuten am Einsatzort. Kimberly Miller bedient die Kamera und soll den flüchtigen Täter suchen. Wir haben ein Mainzfeld umgestellt, wo er eventuell drin sein könnte. Er hat im Geschäft netto gestohlen und hat mit ein bisschen Geld aus der Kasse geklaut. Das geht von ein paar hundert Euro. Und jetzt spielt der Katz und Maus hier mit der Polizei. Was fällt hier unten? Ich weiß nicht, ob er das meint oder dieses. Ach, hier unten das hier. Ja, das ist umstellt, ja. Das ist umstellt, ja. Hier ist das Dreieckige. Der Polizeihubschrauber, Rufname Phoenix 96, hilft dem Kollegen am Boden. Das wichtigste Einsatzmittel der fliegenden Polizei, die 360-Grad-Kamera. Mit ihr durchsucht Kameraoperator Miller jeden Winkel des Maisfeldes nach dem Supermarkträuber. Ich befürchte, dass, wenn er sich flach auf den Boden gelegt hat, aufgrund dessen, dass der Mais über zwei Meter hoch ist, dass wir den nicht sehen. Wenn wir hier vielleicht nochmal rüber gehen, gehe ich nochmal mit der Wärmebildkamera drüber. Ja. Ich kann mir da ja was erkennen. Ich lege jetzt erst mal noch diesen Streifen hier ab. Genau. Die Kamera hat auch ein Wärmebild. Mit ihr können die Polizisten Temperaturunterschiede von 0,03 Grad messen. Man kann superschlecht reinschauen. Ja, siehste. Also wir können ja nicht durch die Pflanze durchschauen. Und da der 2, 2,5 Meter hoch ist und wenn da jemand am Boden liegt, dann ist er halt verdeckt von dem Mais. Da haben wir auch mit der Wärmebildkamera leider keine Chance da reinzuschauen. Außerdem reflektiert der Mais die Wärme der Sonne. Dass man zwar immer so Schattierungen hat, die Wärme abstrahlen, aber dann kommt das halt von dem Mais. Ja, jetzt auf 3 Uhr. Scheint ziemlich weit unter uns zu sein. Ja, dann tun wir jetzt fast genau drüber, ne? Genau, also da könnte was liegen. Mal versuchen tiefer zu gehen und gucken, ob sich's bewegt. Ja, genau. Vielleicht ist es ja ein Tier. Es bewegt sich auch leicht, das kann ich erkennen. Natürlich, jetzt schwierig. Vielleicht können wir es aufschrecken, wenn es vielleicht ein Tier ist. Gehen wir weiter runter. Na, jetzt läuft's los. Jo, rennt gerade weg. Es scheint ein Reh zu sein. Ja, alles klar. Die Beamten geben nicht auf, sie suchen weiter. Will den vielleicht ein bisschen runterdrücken? Ja, dann kommt mir eine Kostenrechnung, aber das ist mir egal jetzt. Okay. Wenn du den Mais runterdrückst, drücken wir ihn auf ihn rauf. Dann geht das schon auseinander, dann kann man hier auch ein bisschen was sehen, aber das ist dann alles hinter uns. Ja. Ich kann dann sehr gut mit der Kamera reinschauen, wenn sich der Mais bewegt. Na gut, dann machen wir das doch mal so. Kimberly Miller hat noch eine zweite Wärmequelle entdeckt. Nein, auf ein Uhr. Das ist links vor uns, ne? Ja, genau. Links, Jens, bei dir. Auf ein Uhr. Das ist bei dir recht. Ja, jetzt hier auf zwei Uhr, quasi am Ende des Maisfeldes. Ich kann es jetzt auch nicht mehr sehen, das ist jetzt wieder vom Mais verdeckt. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen rauf. Mehr Richtung Bahnstrecke, ja? Ja, genau. Ich kann sagen, es bewegt sich jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich das Reh. Das habe ich auch gesehen, das ist ein Wärmebild. Bewegt sich, oder? Ja. In welche Richtung? Nach rechts, ne? Also, dann kommt es gleich raus, oder? Ich muss jetzt auch zwölf Uhr fahren. Das ist vor uns. Ja, und ziemlich am Rand des Maisfeldes. Gehen wir noch ein Stück vor. Lassen wir uns noch mal ein bisschen weiter rüber stellen. Okay, da ist die Leitung, aber ist okay. Ja, die habe ich. Ist noch gut, ist noch gut. Das ist maximal fünf Meter ins Feld rein, ne? Ja, genau, maximal. Ja. Ja, es bewegt sich was. Ja, es ist das Reh. Es ist wieder ein Reh, ne? Genau, das gerade reingelaufen ist wahrscheinlich. Jetzt deutlich zu erkennen. Ja, Moment mal. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Das ist kein Reh. Sieht ganz schön in den Ducks aus, warte mal. Das ist kein Reh. Aber auch, dass er es ist. Das ist eine Person. Ja, ja. Person. Also jetzt mal Ruhe. Bleib mal drauf. Marco, kannst du stehenbleiben? 90.01. Hallo. Nein, ey. Jetzt auf den Streitenwagen zu. Ja. Wir sollen sich bereit machen. Gerade ist ein Erzschlipper für mich gestillt. Wir sollen sich bereit machen, oder? Ja, Christoph kommt nach Ö. Ja, jetzt kommt er raus. Los, ja. Ja, ergibt sich. Ja. König, 96, 36, 30. 30, 21, erst gestellt. Auf der Karte sehe ich es. So. Sauber. Toll. Schön. Natürlich. Ja. Ja. Das ist natürlich super, ne? Also dafür, dass es ja erst relativ sichslos ausfällt. Und wir eigentlich schon fast gedacht haben, man... Ja. Da sieht man halt auch, wie schnell man sich täuschen kann. Dass wir schon fast sagten, das ist das Reh. Und dann war es letzten Endes noch die Person. Und dann muss man sich das genauer anschauen. Und ja, war ja der Volltreffer. 136. Vielen betrieben. Vielen Dank für dich. Ja, gern geschehen. Wir sind zurück nach Langehagen. Über 1500 Einsätze fliegt die Hubschrauberstaffel im Jahr. Ihr Einsatzgebiet ganz Niedersachsen. Bei diesem tollen Wetter, ja, das genießt man natürlich jetzt im Rückflug. Wir können nicht so weit gucken, aber wir haben halt diesen speziellen Beruf, diese spezielle Berufsausbildung, muss ich ganz klar sagen, sowohl der Flugtechnik als auch der Pilot hat eine zusätzliche Ausbildung gemacht, die sehr viel Schweiß und Nerven gekostet hat. Und sehr viel Energie gekostet hat. Und das ist halt der Lohn dafür, dass man, sag ich mal, auf dem Rückflug dann vielleicht auch so ein bisschen die Gegend hier genießen kann. Und wenn wir dann für solche Einsätze, wo wir in Wunstorf hin waren, dann haben wir ein Erfolgserlebnis, dann macht das im Wochenende einen Doppel-Spaß. Der Flughafen Hannover-Langenhagen. Hier ist die Station der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen. Der Einsatzhubschrauber der Polizei ist in die Jahre gekommen und wird bald ausgemustert. Der Nachfolger steht schon bereit für 10 Millionen Euro. Sage mal, naja, gut. Es geht nicht anders, weil wir müssen vorne und hinten ansetzen. Ja, hinten geht nicht. Nein, es wurde immer gesagt, so hier zwischen, zwischen den beiden. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Alles klar, ich sag da nichts weiter zu. Ich auch nicht. Der Neue ist noch in der Testphase. Marco Sobotta und sein Team dürfen ihn noch nicht im Einsatz fliegen. Dieses Wochenende wird Marco Sobotta seinen ersten Probeflug machen. Schön, ihr könnt euch nochmal hinsetzen. Eine tolle Fahrt. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Bei der Hubschrauberstaffel arbeiten 41 Polizeibeamte rund um die Uhr. Als Piloten, Flugtechniker und Kameraoperator. Ihr seht scheiße aus, wie ihr da drin sitzt. Die bringen viel Gewicht nach vorne. Ja, das ist wichtig. Ich lauf doch alles. Die Maschine ist ein bisschen hecklastig für diesen Helilifter hier. Aber das ist alles gut. Läuft super, wir kriegen die Maschine so raus. Wir sind ja genug, noch sind wir zu viert. Not macht erfinderisch. Ja. Wir sind nicht sehr viele. Man ist innerhalb der Polizei sehr ungewöhnlich. Wir sind eine sehr kleine Truppe. Und die Ausbildung ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich habe die Ausbildung über den Flugtechniker zum Hubschrauberführer gemacht. Also zwei zusätzliche Berufsausbildungen gemacht. Wir sind sehr wenige, die diesen Job haben. Die diese Möglichkeit haben, eins dieser tollen Fluggeräte, dieser Hubschrauber hier zu fliegen. Und es macht einen schon ein bisschen stolz. Einsatz auf der Autobahn 2 in Richtung Osten. Drei Täter sind nach mehreren Einbrüchen auf der Flucht vor der Polizei. Die Streifenwagen am Boden haben große Mühe, dem rasenden Fahrzeug zu folgen. Doch die Kamera des Polizeihubschraubers hat das Auto fest im Blick. Was ich auch ganz interessant finde, ist einfach diese enorme Wärmeabstrahlung, einfach weil er die Reifen schon so heiß gefahren hatte. Da war eigentlich sofort klar, welchen Pkw wir eigentlich suchen. Er ist damit über 200 Sachen über die Autobahn gekachelt. Diesen Einsatz ist Kimberly Miller letzte Nacht geflogen. Schwierige Einsätze gehen die Beamten oft noch einmal zusammen durch. Da sieht man auch mal ganz schön, wie ein Streifenwagen versucht, ihn auszubremsen, der dann mit einem waghalsigen Manöver dran vorbeifährt. Und dann, ja, kaum wieder aufs Gas tritt, auch schon wieder von dannen ist. Über eine Stunde dauerte die Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt schon. Das Auto hat inzwischen die Grenze zu Sachsen-Anhalt überfahren, doch der Hubschrauber dreht an der Ländergrenze nicht um. Das war vom Koordinativen her auch ein recht spannender Einsatz, weil Olli ist den ja geflogen, den Einsatz. Und er hat das Auto gar nicht gesehen. Also quasi, ich musste ihm die ganze Zeit mitteilen, in welche Richtung wir fliegen müssen, rechts, links. Er hat bloß versucht, die Autobahn irgendwie halbwegs entlang zu fliegen. Und das hat echt super geklappt. Das war eine richtig super Zusammenarbeit. Die Täter wissen in dem Moment schon, dass auch ein Hubschrauber ihnen folgt. Sie versuchen, ihn in einem Wohngebiet zu Fuß abzuschütteln. Habt ihr Kontakt jetzt auch zu Kollegen gehabt im anderen Bundesland? Äh, genau. Also, ich weiß nicht, ob wir es da schon hatten, aber wir haben die dann versucht, ranzuführen. Auch da sind jetzt schon viele Scheinwerfer drin. Genau, genau. Da haben wir dann die Kräfte von allen Himmelsrichtungen herangelotzt, weil die sind da in so einem Waldgebiet. Und da haben wir das dann mit dem Scheinwerfer ausgeleuchtet, damit auch die Kräfte am Boden dann endlich sehen konnten, wo sind sie überhaupt. Es war ja schlappdunkel, die konnten ja gar nichts sehen. Zwei, aber einer versucht es noch, der ist noch ins Unterhalts. Zwei Täter ergeben sich, einer flüchtet. Per Funk leitet Miller die Polizisten am Boden zu dem Mann. Sie sehen ihn im Dunkeln erst, als sie direkt vor ihm stehen. Am Ende werden alle drei gefasst. Wären wir in dem Fall nicht da gewesen, dadurch, dass wir halt schnell mitfliegen können, wäre wahrscheinlich der flüchtige Pkw uns aus den Augen verloren. Weil man konnte ja ganz klar sehen, dass die Streifenwagen nicht dranbleiben konnten. Und dadurch, dass wir halt von oben schauen konnten und die Geschwindigkeit hatten, konnten wir da halt locker mitziehen. Und die neuen Kräfte, die dann angerückt sind, halt ranführen, wo jetzt gerade der Streifenwagen ist und die Positionen durchgeben. Pilot Marco Sobotta ist seit 15 Jahren bei der Hubschrauberstaffel. Kollege Stefan Scharfschwert sogar schon 20 Jahre. Hinzu kommen immer wieder junge Kollegen, die die Chance nutzen, für einige Zeit bei den Fliegern zu arbeiten. Ich saue hier natürlich wieder rum. Jetzt ist der Hubschrauber sauber und ich bin komplett dreckig. Am Freitag ist Putztag. Da müssen alle ran. Das gehört bei uns dazu. Der Heberungsdienstpräsident, der reinigt sein Arbeitsgerät auch selbst. Wir sind ja auch nicht so stark vom Personal hier. Und haben auch nicht den Luxus, dass wir extra irgendwelche Angestellten haben, die uns den Hubschrauber reinigen. Die Maschine Typ SA 365 wird von den Beamten liebevoll die Dicke genannt. Sie ist Baujahr 1979 und geht nächstes Jahr in Rente. Freitagabend. Eine Zwölfstundenschicht steht bevor. Die Hubschrauberstaffel ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit. Ja, okay. Alles klar, wir kommen. Wir machen das, genau. Dann kommt einmal der Phoenix 96 zur Unterstützung. Kein Problem, tschüss. So, und zwar hat sich gerade Folgendes ereignet. Am Jägener Weg in Osnabrück wurde eine Person angeschossen. Der Täter ist flüchtig mit Schusswaffe und zwar in Richtung dieses Gebietes hier. Genau, Ansprechpartner 1216, das ist der Dall, der ist da draußen und gefunkt wird auf Osnabrück 1, Teutob 1. Die Piloten Marco Sobotta und Stefan Scharfschwert und Kameraoperator Timo Schulz brauchen gerade mal fünf Minuten. Dann ist der Phoenix 96 startbereit. Die Piloten fliegen im Dunkeln mit Nachtsichtgeräten. Phoenix 96 fliegt bis zu 260 Stundenkilometer schnell. Bis nach Osnabrück brauchen die fliegenden Polizisten von Hannover aus etwa 30 Minuten. Für die eingesetzten Kräfte Schusswaffengebrauch in Osnabrück. Phoenix 96 sind wieder vor Ort. Phoenix, wir sehen euch jetzt. Ihr seid, ja, ihr müsst, äh, zu einer Jugendgruppen. Ein Mann wurde angeschossen, zwei mutmaßliche Täter sind auf der Flucht. Zeugen haben gesehen, dass die Männer in ein Waldstück gelaufen sind. Da werden zweifeldächtige Personen gelandet. Werden beschrieben, schwarze Soberteile, helle Jeans, dunkle Runde oder Rucksack dabei. Phoenix 96 sucht das Waldstück ab. Ein paar Lücken sind da oben, man durchkommt. Es führt eigentlich mit durch. Das ist auch der Einzige. Das ist die Werbelkamera bei solchen Einsätzen, wo ein dichtes Waldgebiet im Sommer nicht belaubt ins Spiel kommt. Die Werbelkamera kommt an ihre Grenzen, weil wir dort einfach nicht durchschauen können. Phoenix 96 für 26. Phoenix 96. Das Gebiet hat hier gerade abgetrunken, wird ja gleich im Anschluss von uns von den unten noch durchgesucht. Kannst du mir mal eben einmal eine Einschätzung geben, wie breit und wie lang ist das im Allstück von eurer Position aufgesehen? Also von Süden her würde ich sagen 50 bis 60 Meter breit. Viele Blätter schirmen mögliche Wärmequellen am Boden vor der Kamera ab. Phoenix 96, wir fangen jetzt sofort an und gehen in den Wald hinein. Sollen wir drüber bleiben? Ja, genau. Polizisten durchkämmen den Wald zu Fuß. Der Hubschrauber kann nichts mehr tun, außer den Kollegen leuchten. Auch die Durchsuchung am Boden hat nichts ergeben. Die Täter bleiben in dieser Nacht verschwunden. Der nächste Morgen. Ein Groß-Einsatz steht an. Doch noch herrscht Nebel. Ein Problem, denn die Piloten fliegen auf Sicht. Unter 500 Fuß geht nichts, das sind etwa 150 Meter. Checkliste nicht drüben? Ja. Marco Sobotta hat jetzt Zeit, sich vor dem ersten Probeflug mit dem neuen Hubschrauber vertraut zu machen. So, wo fangen wir an? Fuselidge, Right Hand? Xcelia Check, den machen wir genau. Und hier sind die. Hier ist so ein kleiner Knopf. Der muss oben sein. Wenn der unten ist und du machst die Tür zu, dann hakt sie bis zu einem bestimmten Punkt ein und dann kriegst du sie nicht mehr auf. Das ist die einzige Möglichkeit, nur hier Fenster aufzuschieben und reinzufassen. Battery Master Switch, Check Off. Der ist aus. Dann kommt die Sliding Door. Condition, Function. Auch die funktioniert. Hier ist, wenn wir für Fotoaufträge offen fliegen, dann kann man sie arretieren. In den 10 Millionen ist auch die neueste Kamera- und Wärmebildtechnik enthalten. Außerdem verbraucht das neue Modell weniger Sprit. Jede Flugstunde kostet mit dem neuen Hubschrauber 200 Euro weniger als mit dem alten. Das ist eine EC 135 P2 Plus, unser neuster Hubschrauber, den wir haben. Wir werden ihn jetzt so langsam in den Flugdienst integrieren. Wir müssen natürlich lernen, auch mit diesem Hubschrauber umzugehen, a fliegerisch, b auch im Rahmen der Tageskontrollen, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, gerade bei dem schlechten Wetter, einfach mal den Hubschrauber anschauen, die Zeit nutzen. Schon in zwei Monaten werden die Piloten die Maschine im Einsatz fliegen. Bis dahin müssen alle fit sein. Dann ist es soweit, der Großeinsatz steht an. Pünktlich hat sich der Nebel verzogen. Eine Bombenräumung in Langenhagen und Hannover. 16.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, doch nicht alle halten sich daran. Ein Job für die Hubschrauberstaffel um Pilot Marco Sobotter und Operator Timo Schulz. Momentan schaue ich mir das Wohngebiet hier an, schaue auf die Gärten, die Freiflächen, schaue, ob auf den Dächern sich irgendwer befindet, ob irgendwer auf den Balkonen sich befindet, ob irgendwelche Leute auf den Straßen noch unterwegs sind, gegebenenfalls mit den Hunden spazieren gehen. Gelegentlich kommt es vor, dass Menschen denken, sie können sich bei uns verstecken und sich dann auf Dächern als Schaulustige positionieren oder durchaus noch, ob irgendwelche Wiesen unterwegs sind. Manche schaffen es auch durchaus nicht, an Sperrposten vorbeizumogeln. Das gab es auch schon. Aufgabe des Hubschraubers, das ganze Sperrgebiet abfliegen und nach Personen suchen. Ja gut, nee, dann ist es okay. An gleich drei Punkten vermutet der Kampfmittelbeseitigungsdienst Munition. Die erste Bombe liegt direkt auf dem Geländer einer Tankstelle. Hier wollen die Bombenräumer gleich mit der Entschärfung beginnen. Phoenix 93 für 90-03. Wir haben einen Auftrag, den Sie bitte sofort abarbeiten. Wir haben die Bestätigung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass Sie also den ersten Verdachtspunkt nicht öffnen, sondern in dem Bereich Schulburger Landstraße in den Feldern, das ist knapp südlich der A2. Da sind den Sperrkräften zwei Leute stiften gegangen auf Fahrrädern. Ja, verstanden. Tja, ich habe auch noch nichts passiert. Nee, ich habe auch noch nichts. Da fährt einer. Ja. Ja. Die Radfahrer fahren mitten durch das Sperrgebiet. Wir sind jetzt hier im Bereich Eisenbahnbrücke, die über den Kanal geht. Und genau in der Ecke hier halten sich jetzt die zwei Personen auf. Die haben wir hier festgestellt. So, die halten jetzt ab, an und biegen ab hier an der Kreuzung. Wir wissen, dass hier eine Kreuzsparkasse ist. Das ist eine Sparkasse, ja. Ja, nochmal zur Information, hier kommt dann irgendwann südlich des Kanals eine Kreuzsparkasse. Ich kann leider den Straßennamen hier auf der Kopie nicht lesen, da sind wir jetzt beide reingegangen. Sie sind in die Kreuzsparkasse hineingegangen. Ja, ist richtig. Wir waren beide mit dem Fahrrad unterwegs, die Räder stehen davor und sind jetzt gerade in die Kreuzsparkassenfiliale reingegangen. Schön. Radius 11 für 90.03. Radius 31 und 32 sind auf dem Weg zu ihm. Für die Bombenräumer bedeutete der Zwischenfall fast eine Stunde Verzögerung. Eine Strafe gibt es dafür nicht. Dann bitte diesen Punkt. Sie sagt, Sicherheit ist wieder hergestellt. Wir haben uns das skippieren lassen. Ob die das einfach aus Unwissenheit tun oder einfach aus Naivität oder einfach, weil sie jetzt der Ordnung sind, wenn sie da einen auswischen wollen, das wird, denke ich, mal eine gemischte Motivlage sein bei einigen. In Häuser hineingucken kann auch die Wärmebildkamera nicht. Ich würde hier echt gerne mal wissen, wie viele Leute hier wirklich noch in ihre Wohnung haben. Ja, stimmt. Ich denke, einige werden das sein. Warte mal. Das fährt doch auch gar nicht auf dem Fahrrad. Wo? Ja, und der Walzroder runter. Walzroder runter? Ja. Dieser Radfahrer fährt direkt auf die Tankstelle zu. Ja, wir haben ja noch einen Radfahrer auf dem Walzroder Strafe, der stadteinwärts fährt. Er hat ein helles Obertal an. Er ist jetzt, sag ich mal, noch gut 200 Meter von der Autobahnunterführung entfernt. Ja, in welche Richtung ist er unter wie? Richtung Absperrung oder Richtung Zentrum? Ja, Richtung Zentrum, Richtung Süden. Der fährt ganz unbehert weiter auf der linken Seite auf dem Radweg und bewegt sich jetzt Richtung Autobahn. Dann wird sich für versuchen, das zu klären, das soll der Kräfte hinkriegen. Ja, können Sie den Fahrradfahrer weiterhin beobachten? Unter der Autobahn. Wir sind dran, hat gerade die Autobahnunterführung passiert Richtung Süden. Es ist also gleich ein Leben der Alltagsstelle. Felix 93, der alleine hier mit 12.20 kommt zu Ihnen. Den haben wir aufgenommen. Ja, auf geht's. Wer den zuerst hat, ist der Sieger. Nein, es geht gerade ein Kollege über die Straße und auf ihn zu. Der hat ihn, denke ich, erkannt in Höhe der Kasernenblocks. Ja, 19.03, ja, verständlich. Ja, wird angehalten. Diesem Mann war offensichtlich gar nicht klar, in welche Gefahr er sich begeben hat. Keine 50 Meter weiter liegt die Bombe auf dem Tankstellengelände. Ja, was willst du mit solchen Leuten machen? Dann kannst du nur einmal schimpfen und dann ist gut. Ja, das ist so was. Man kann sie machen. Und Nerven durch Kontrolle. Sonst entdeckt die Hubschrauberbesatzung niemanden mehr. An zwei Punkten hat sich die Vermutung bestätigt. Hier lagen tatsächlich Bomben. Die Sprengmeister konnten sie beide entschärfen. Zum Abschluss des Tages wartet auf Marco Sobotta noch seine besondere Herausforderung. Der erste Flug mit dem neuen Helikopter. Jeder Pilot muss 20 Flugstunden auf der EC-135 machen, bevor er sie im Ernstfall fliegen darf. Ölstand ist okay? Ölstand war alles gut, Getriebe und Triebwerk. Ja, Tür, Tür, Klappen sind alle dicht. Hand auf dem Starter lassen, aber das weiß der selber. Und, äh, Uhr läuft. Uhr läuft, hätte ich jetzt. Okay, TOT kommt, 20% in 1. Und runter, dann geht's. Catched. Und dann Overhead-Panel-Set. Fangen wir oben wieder an mit Inverter. Genau, Inverter. Avionic 2 und dann 1. Warum 2 und 1? Da hab ich dir gleich. Stand by Horizon. Ist offen. Okay, Drehzahl steigt an. Jawohl, auf einer 3%. Das sieht gut aus. Es ist eine ständige Herausforderung. Es hat nichts mit Routine zu tun. Aber es macht Spaß, diese, äh, die Herausforderung anzugehen. Und, äh, bedenken, die sind alle motiviert. Man lernt immer dazu. Und, äh, das ist ganz wichtig. Es ist eine ständige Fortbildung, die wir hier machen. Okay, dann gehen wir raus. Okay. Los geht's. Und die Pilot ist dazu, dann geht's auch einfach an. Okay, links ist frei. Wir gehen zum Helipend. Wind von vorne, rechts. Von rechts magst du das nicht so gerne, ne?